so da sind wir auch wieder und wir machen auch direkt weiter und muss gucken wo ich mich verstecken kann und jetzt gucken wir mal so jetzt muss ich mich irgendwie besser verstecken achso ich soll fliehen ok das hätte ich vorher wissen müssen reichte doch mal nichts hier raus hier so noch ganz schön ganz schön so so von 18 jahren ok alles klar wir wollen das nicht wiederholen ich bin hier auf die karte ach wir mussten ins camp alles klar machen wir das mal sehr ruhig so alles klar sowieso entkommen dann nix wie weg hier jetzt müsste ich aber auch ein übelstes kopfgeld haben von denen ja 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 wir haben es geschafft gut werden wir schon aber wir haben es geschafft und wir machen auch direkt weiter so meine vorrede sieht es auch ziemlich gut aus meine lagerkasse sieht auch sehr gut aus so dann gehen wir mal das ist Das ist nicht so gut. Wir haben keine Wahl. Das wird bald enden. Das ist richtig, Will. Wie normalerweise. Micah hat mir gesagt, dass wir ein Ort liegen können. Schau mal hier. Dewberry Creek, sagte er. Okay. Vielleicht können Sie und Charles nachdenken, entfernen von jemanden Sie finden, bevor die ganze Menge in uns geht, zu sehen so konspitäts. Und wie werden wir das tun? Ich weiß nicht. Starten zu tanzen. Sieht so aus, dass ich mich in einen verdammten Ehrenbauer geworden bin. Du hast mich in meinen Sohn geändert. Du schaffst, weil ich schaffst. Wir sind nur das gleiche. Hey Charles, komm mal. Ich brauche dich für etwas. Wo habe ich das vorher gehört? So, ja gut. Ich muss auch mal mein Pferd füttern. Wir haben nicht Zeit für das. Ja. Kriegst du auch wieder was Schönes, Leckeres hier. Okay, dann geht's weiter. Okay, warte mal. Wir müssen... Wir müssen mal folgen. Mann, jetzt muss ich mal gucken. Wir müssen hier hinten hin. Dann machen wir das mal. Aber ich müsste auch mal gucken wegen Essen. Und was wegen Energie. Ich brauche auch noch was. Und was wegen Energie. Brauche ich auch noch was. Immer noch nix. großartig ach so hat er nicht genommen ist das leben haben wir doch gut man leben muss ich eigentlich auch mal steigen und ich dachte sterbe jetzt wieder sieht das geil aus mit der landschaft aber ja wir haben ein missionsziel hier und ein paar weiter macht auch den weg hier die europäische sie hoch gut ich sollte mal was langsamer weiten ich denke, ich denke, das muss es sein, das alte Kräfte zu entfernen sieht sehr offen ja, es ist nicht sicher, dass es die beste in der Reine ist naja, naja, wir schauen uns hey, ich sehe etwas da oben du siehst? jemanden auf dem Boden oh, da liegt jemand oh, ganz schön so er guck, du wirst 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 komm mal her, Nick danke wir brauchen das Gewehr haben wir irgendwas ist nix immer gerne mit hier ist immer gerne mit immer hier haben wir mal hier rein bitte so schönes ist durchsuchen ja machen wir und komm aus dem ihr okay ihr seid ihr okay ich brechen sie deutsch mit german Are you coming? No! Now, go on, get out of here, go, we need the land, go! Get the hell outta here! They took our father! Who did? Men, last night. Where? Where did they take them? They no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that? Come on, Hudson. Okay... Die Frau war hierher. Mal sehen, ob wir einen Weg holen können. Was? Da. Komm her. Ich sehe nichts. Hierherher. Was ist mit dir passiert? Was sagst du? Du gehst einfach die Frau und ihre Kinder auf die Weg? Wir wollen es, Mann. Wir haben Pinkertons auf unsere Hände. Wir sollten uns bewegen die Kamm, nicht auf eine wilde Gucke. Komm her, Arthur. Das ist nicht wie du bist. Na, vielleicht nicht du mich wie du denkst. Ich glaube, das ist die richtige Weg. Gib mir einen Moment. Okay. Es sieht aus, wie sie diesen Weg gehen. Okay. Ja, wir folgen den Spuren. Okay. Ja, wir folgen den Spuren. Wir sollten uns dann auf den Weg gehen, wenn du mich fragst. Warte. Ich mach mich sicher, dass das richtig ist. Das ist nicht wahr. Ich möchte mich nicht klar. Hey, die Mäste haben mir gesagt, dass sie ihn wieder töten. Sie haben ihn direkt vor dem Jack gesagt. Ah, dieser Kind wird für ihn schwer sein. Ja. Aber er hat mehr Leute, die nach ihm schauen, als die meisten der Rest von uns damals hatte. John sagte, er ging zurück in die Auctione-Fahrt, um Geld für die Tiere zu holen. Er wäre ein verdammter Idiot, nach woher von dieser Stadt. Er dachte, er könnte in und weg sein. Oh, naja. Wenn es die Idee von John ist, muss man eine gute Idee sein. Easy. Was ist das mit dir und ihm? Er hat uns auf uns für ein paar Jahre. Als Jack war... Holden, lass mich das. Ich glaube, da hinten sind die schon. Okay. 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 Ich weiß nicht. Aber du wirst etwas wissen? Das ist ein besserer Ort als da hinten. Es ist viel einfacher zu defendern. Vielleicht. Das sieht aus wie unser Vater, Charles. Richtig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass er sich da ist. Wirklich. 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 Was sieht man so schlecht hier? Kopfschuss Komm schon, geh doch mal da rum So, ja So, müssen jetzt alle gewesen sein Ja, mach ich doch jetzt Vielen Dank für Ihre Hilfe Ja, dann bringen wir ihn zurück, wo sind denn die Fährte da? Ja Du bist doch schon auf dem Pferd, Junge Soll ich mitkommen, alles klar Wo bringen Sie mich hin? Was hast du mit diesen Fährten getan? Wie bitte? Die Leute da hinten, warum haben sie dich? Geld? Geld? Meiner Familie gehört einem Goldmine Sie wollen Lösegeld erpressen Sie bringen mich zu deiner Familie? Vielen Dank Wie haben Sie sie gefunden? Ja Ja, wir bringen ihn jetzt mal zurück hier Wir sehen was es dann kommt Ja, danke Ja Warte mal, warte mal ich mal gucken Ja Der macht jetzt wohl den Umweg statt einfach querfeld ein Ja gut Egal Ja 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 Gecken wir ihn gar nicht folgen brauchen? Okay, alles klar Hier sind sie Dem Herrgott sei Dank Schatz Oh Andreas Andreas Ich hab gedacht du seist tot Beinah wärst du gewesen Meine Lieblinge Meine Herz allerliebst Oh, wie wunderbar Sie sind ein großer Mann Ja Ein großer Mann Ja, wirklich Es ist ein Segen, dass wir sie getroffen haben Hey Na, jetzt raus raus, das Ort ist nicht sicher Raus raus Ja, ja, alles klar Familie Äh Ich hab was für sie Einen Moment Äh Ähm Dankeschön Danke Vielen Dank Herzlichen Dank Okay, der wiederholt sich ziemlich Ja Okay, das war jetzt ein Packen Gold Nicht schlecht Du warst recht, oh, dieses Ort Oh, es wird perfekt für uns Hallo Arthur Ja Dutch Miss Grimshaw Mr. Pearson Put everyone to work Make this place a home Well, I don't know where the hell we are But we are going to make the best of it Kapitel 3 Kapitel 3 So, aber da würde ich jetzt sagen, hier beenden wir jetzt die Folgen und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und wenn ihr möchtet, lasst mir gerne einen Daumen oben und bis dann, ciao So,